Hi und jetzt willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr hier gerade wahrscheinlich im Hintergrund sehen könnt, sitzen wir wieder im Golf 1. Warum jetzt schon wieder ein Golf 1 Video, bevor wir das eigentliche Video starten? Der Bus ist ja gerade nicht fahrbereit, da kümmere ich mich gerade im Hintergrund drum. Ich mache gerade den Ventildeckel ab und bei Zylinder 2 ist einfach der Kabelbaum, der da drinnen liegt, der Stecker ab. Also der liegt komplett daneben. Da werden jetzt gerade Teile repariert. Wir haben jetzt heute den 24. Juli und die Sachen sind Ende, nein Mitte, bis Ende nächster Woche dann hoffentlich fertig. Und dann geht es auf jeden Fall auch mit dem Bus weiter. Was ist mit dem Golf? Der Golf stand auf den PS Days. Leute, wir haben ja die ganze Zeit versucht, dass das Auto hier auf der Messe steht. Und das habe ich euch ja auch nochmal die ganze Zeit mitgeteilt. Aber dass wir es geschafft haben, habe ich euch noch gar nicht gesagt. Wir mussten den Golf, ja ich habe den Golf abgeholt. Wir haben ihn zusammengebaut. Er stand auf den PS Days. Übelst geil, Lackbild mega. Video-Inhaltstechnisch leider komplett Katastrophe. Deswegen werden diese Videos auch erstmal nicht online gehen. Was heißt erstmal, die werden wahrscheinlich niemals online gehen. Du guckst dieses Video in deiner Freizeit. Und wenn ich dann aufgrund, wie soll ich das erklären? Der Wagen wurde ja nicht von mir oder von der Lackwelt Irksleben auseinandergebaut. Heißt, der Wagen wurde wirklich komplett zerrupft. Und das Einzige, was in dieser Videoreihe von dem Golf dann jetzt positiv gewesen wäre, war, wie ich mich darüber freue, in was für einem schönen Lackkleid der 7er steht, weil Lackwelt Irksleben wirklich Top-Arbeit geleistet hat. Problem war, alle Teile kaputt, also viele, viele Teile kaputt. War, wie gesagt, nicht Lackwelt Irksleben. Scheinwerfer hinten kaputt, die irgendein Kabel einfach durchgeschnitten, Schrauben, die gefehlt haben, Rückscheinwerfer, diese Reflektoren, die du hinten in der Stoßstange hast, alles komplett kaputt. Und die Videos sind so negativ gewesen. Ja, und da du das Video in deiner Freizeit guckst, will ich das einfach nicht hochladen. Da wird aber was kommen. Ich habe am 29. diesen Monat noch ein Telefongespräch, weil an dem Golf noch eine Sache gemacht wird. Und da werde ich dann euch wieder mit dazunehmen. Was machen wir heute? In dem letzten Video von dem Golf 1 ging es darum, dass wir den Wagen uns einmal angeguckt haben. Wir haben dort festgestellt, dass der Motor komplett ölig ist. Was vollkommen okay ist. Das Auto ist Baujahr 85, älter wie ich, darf er ruhig ölig sein. Und jetzt werden wir zu der Firma Polybauer fahren und werden einmal den Motorraum komplett eisstrahlen. Das wird ein richtig geiles Vorher-Nachher. Um dann im Nachhinein, wenn ich dann wieder ein bisschen gefahren bin, herauszufinden, wo genau kommt jetzt das Öl her, um damit wir dann diese Fehler halt beheben können. So, wir sind da. Guckt euch das an. Ist der schon brutal dreckig. Er darf natürlich auch dreckig sein. Ja, das geht. Das geht tatsächlich. Aber ja, wenn ihr das euch jetzt so anguckt, dann seht ihr natürlich schon, ist er ölig, ist er fröhlich. Und ich bin mal gespannt, ob hier sowas zum Beispiel, ob das dann halt wirklich abgeht. Das werden wir gleich sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade dann sowas hier, guck mal, da haben die den Zahnriemenwechsel, wann der stattgefunden hat, haben die hier einfach mit mehr Dingen irgendwann mal draufgeschrieben. Ja, früher war es das so. Da gab es dann wahrscheinlich solche Zettel hier noch nicht. Aber ist auf jeden Fall wild. Ich bin auf jeden Fall richtig auf das Vorher-Nachher-Ergebnis gespannt. Wir holen jetzt gleich mal Christian. Das ist der Chef von der Firma Polybauer. Ihr kennt den von meinem Kanal auch. Für die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind. Und der wird uns das Ganze hier erklären. Und dann werde ich zum Schluss auch nochmal selber versuchen, wie sich das so anfühlt, ob du lange draufhalten musst und so weiter und so fort. Ich habe sowas ja auch noch nie gemacht. Der Grund, warum wir das hier machen, ist natürlich erstmal wegen der Optik. Oh, jetzt wird es gerade ein bisschen windig. Ist natürlich erstmal wegen der Optik. Und zweitens, durch den Ölverlust, da ist jetzt überall Öl. Und damit wir nicht einfach alles tauschen müssen, sondern da einfach gucken können, wo genau das Öl herkommt, machen wir das jetzt einmal. Können dann so die undichten Stellen definieren. Das ist ja laufender Werkstattbetrieb. Dann können wir so die undichten Stellen einmal identifizieren, um dann halt auch wirklich nur diese Sachen zu tauschen. Verschiedene Aufsätze. Das ist sehr gut für hartmärkige Decken und Ecken. Das ist hier mehr für Flächen. Damit fangen wir erstmal an. Das ist reingefressen über die Zeit, ne? Ja, wie gesagt, das Auto hat auch schon ein paar Jahre auf dem Bucke. Aber wenn du dir nur mal diese Stellen hier im Vergleich dazu anguckst, ist das auf jeden Fall schon richtig... Hier drüben sieht man es ja auch. Und vor allem, man kommt halt auch an Stellen, wo man sonst quasi nicht rankommt. Und sehr schwer, nur bevor man jetzt mit dem Schraubendreher rumfockelt und einen Lappen und sowas. Das kommt halt überall rein. Mit dem Trockeneisgerät kriegst du eigentlich so Motorräume oder auch Unterböden, Sitze, die Teppiche, auch Verdecke jetzt bei dir beim Cabri halt, kriegst du eigentlich richtig gut halt mit sauber. Die ganzen Drecke, die sich da über die Jahre halt drin festgesetzt haben, die kannst du dann mit schönen halt rausmachen. Und du hast halt nachher keine Feuchtigkeit oder nichts, weil es ist ja ein Gas, ein gefrorener Stickstoff halt. Beim Aufprallen auf das Objekt zerschält das ja und friert es halt Schock, sodass der Dreck dann halt, wenn der Schock gefroren ist, dann halt abplatzt. Und so entsteht dann halt die saubere Oberfläche. Jetzt bei Ölen oder bei Wachsen, Hohlraumwachs, Unterbodenwachs, da ist es teilweise so, dass es halt nicht abgeht, weil es halt zu weich ist und du es halt nicht so schön schockfrieren kannst, dass es dann halt abgeht. Da müsste man halt nochmal mit dem Bremsenreiniger nachher ein bisschen nachwischen und dann kriegst du die Stellen auch schön sauber. Wo es halt nicht für E ist, wo auch schon oft genug nachgefragt wurde, ist halt für Rost. Rost kriegst du damit nicht ab, dafür ist es halt nicht gemacht. Da müsste man dann halt wirklich richtig mit Sand halt strahlen und dann kriegst du das halt auch richtig sauber. Wenn irgendwo Lack abplatzt, manche denken, oh, da platzt jetzt halt der Lack von ab, dann ist da drunter aber auch schon Rost. Also dann ist es halt gut, dass man den Lack entfernt, weil so legt man den Rost frei und kann halt behandeln. Also die Maschine an sich beschädigt eigentlich kein Lack. Du kannst da überall mit rüber gehen. Wenn der Lack abgeht, dann weil er schon mit Rost unterwandert ist. Ja, was du gerade meintest, das ist hier sowas zum Beispiel. Da ist jetzt ein bisschen frei, dass aber da, wo jetzt kein Wachs drauf ist und da, wo es dann halt jetzt noch dreckig ist, da ist dann halt noch Wachs drauf. Genau. Hier ist halt Wachs drauf, so Unterbodenwachs halt irgendwas. Das müsste man dann halt mit einem Flüssigreiniger, einem Bremsenreiniger, was kann man das halt anlösen. Dann kriegt man das ab. Aber man will ja eigentlich auch eine dünne Wachsschicht halt haben. Die ist ja quasi für den Korrosionsschutz halt da. Und das macht ja auch gar nichts, wenn die halt da drauf ist. Wichtig sind halt die ganzen Bauteile, die Stecker, die Leitung, die Schläuche, das Kunststoff, den Motor. Das kriegst du damit alles picobello sauber. Du siehst es ja. Das ist schon mega. Also gerade dieses Ergebnis hier, wie das hier aussieht, ist schon echt geil. Habt du das Typenschild hier gemacht? Nee. Sag mal, können wir mal kurz gucken. Ist geladen. Das ist so doll angelaufen. Das ist richtig angelaufenes Metall. Das geht dann halt nicht ab. Aber hier so ein Kunststoff, das ist halt auch geil. Guck mal. Guck mal, die obere Hälfte und die untere Hälfte. Ja, ist schon krass. Also das Endergebnis ist auf jeden Fall mega geworden. Natürlich kein Neuwagen. Aber Motorraum ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, 50% clean. Es gibt natürlich Sachen, die einfach gar nicht abgehen. Das sind, die haben wir vorhin schon gesagt, alles das, was mit festem Öl ist und Wachs geht halt auch nicht so gut runter. Wir wollten den Wagen eh noch einmal komplett aufbereiten lassen, weil die Sitze zum Beispiel, ja, weiße Sitze, 40 Jahre alt, die haben den einen oder anderen Fleck. Und wir haben da einen richtig geilen Aufbereiter. Da nehme ich euch auch auf jeden Fall mit. Ich weiß, dass das Video nicht viele gucken werden, aber ich wollte dieses Vorher-Nachher auf jeden Fall festhalten. Danke fürs Zugucken. Vergesst nicht zu abonnieren. Es geht weiter mit dem Wagen. Wir fahren gegen Mitte August, fahren wir da mit an die tschechische Grenze. Da wird auch was richtig Geiles passieren. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ja, danke fürs Zuschauen.